So verdient man. Wir bieten Ihnen ein Partnerprogramm an, bei dem es vier verschiedene Bonusarten mit den Marketing-Auszahlungen bis zu 70% des Gesamtumsatzes gibt. Die erste und die zweite Bonusart sind Direkt- und Team-Boni. Um sie zu erhalten, stehen Ihnen 15 lineare Level in der Tiefe zur Verfügung, in denen eine dynamische Komprimierung mit den Marketing-Auszahlungen von bis zu 46% implementiert wird. Insbesondere der Team-Bonus ermöglicht es aktiven Mitgliedern des Partnerprogramms, durch die Einladung aktiver Benutzer in Ihr Team langfristig von der geleisteten Arbeit zu profitieren und kann Hunderttausende Euro monatlichen Profit bedeuten. Die dritte Bonusart ist der Rang-Bonus, der für das Erreichen jedes neuen Rangs ausgezahlt wird und insgesamt bis zu 14 Millionen Euro erreichen kann. Insgesamt gibt es 15 exklusive Ränge im System. Der vierte und der größte Bonus ist der Infinity-Bonus. Er steht allen Partnern mit dem Diamond-Rang ohne jeglichen Qualifikationen oder Einschränkungen zur Verfügung und ermöglicht es Ihnen, zusätzlich zu den Direkt- oder Team-Boni bis zu 23% sowohl aus der gesamten Tiefe als auch aus der gesamten Breite für alle Einkäufe aller Partner zu erhalten. Der Infinity-Bonus hängt vom aktuellen Rang des Diamonds ab. Je höher der Rang eines Diamond, desto höher ist sein Profit. Bei einer Einladung zum Geschäft erhalten alle Partner einen Profit, sowohl aus ihrer eigenen Arbeit als auch aus der Arbeit ihres gesamten Teams. Bereits mit dem Kauf eines Produkts für den Eigenbedarf im Wert ab 12 Euro können Sie schnell und günstig ins Geschäft einsteigen. Ab diesem Augenblick erhalten Sie sofort für jede persönliche Empfehlung eine Belohnung in Höhe von 20% auf Ihr Konto. Indem Sie monatlich erfolgreiche Empfehlungen in Ihrem Umfeld abgeben, erhalten Sie jedes Mal einen Direkt-Bonus von 20% dafür. Ist es möglich, ein Geschäft aufzubauen, wenn man mit dem kleinsten Produkt startet? Definitiv ja, obwohl diese Option eher für diejenigen geeignet ist, die einfach nur ausprobieren möchten, wie alles funktioniert, unsere Produkte nach und nach für sich selbst kaufen und sich langsam im Geschäft entwickeln. Für diejenigen, die wirklich bestrebt sind, ein Geschäft schnell aufzubauen, sollte der eigene Einkauf mindestens 1200 Euro oder mehr betragen. Denken Sie daran, dass Ihr Team Ihnen folgen und genau das tun wird, was auch Sie tun. Bei einem Eigenkauf ab 1200 Euro wird in Ihrem Team ein Produkt ab 1200 Euro zum meistgekauften Produkt überhaupt. Grundsätzlich können Sie sich auch völlig kostenlos registrieren und starten, um Ihr Geschäft zu aktivieren. In diesem Fall müssen Sie jedoch hart ackern, weil die Baxis zeigt, dass der von Ihnen Eingeladene dieselbe Einstiegsart wählt wie Sie. Unabhängig von Ihrem Einstieg ist es immer wichtig, ohne Einschränkungen neue Partner einzuladen. Für diejenigen, die sich entschieden haben, sofort ein großes Geschäft aufzubauen, lohnt es sich, über den Kauf des größten und profitabelsten Produkts nachzudenken. Wobei Sie wissen, jeder Kauf unseres Produkts im Laufe der Zeit in Form von geminteten Münzen zu Ihnen zurückkommt. Unabhängig davon, welchen Einstieg Sie wählen, lassen Sie sich von Ihren Mentoren beraten. Es wird Ihnen helfen, alles richtig zu machen. Mit dem Eintritt in das Geschäft werden Sie zum Teil des Teams der Person, die Sie eingeladen hat. Sie erhalten Zugang zu Firmenschulungen und die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, Ihre Karriere voranzutreiben und beträchtliche Liederauszahlungen zu bekommen. Und das ist ein ganz anderes Geld. Sie können mit Ihrem Team um die Welt reisen. Der Einstieg ist nur der Anfang. Danach hängt alles von Ihnen, Ihren Zielen und davon ab, was Sie bereit sind zu tun, um dies zu verwirklichen. Das wichtigste Ziel ist es, zu starten und einen Diamond Rang zu erreichen. Gerade der Diamond Rang öffnet Ihnen die Tür zu Superprofiten. Auf dem Weg zum Diamond Rang haben Sie fünf Bereiche, in denen Sie als Partner ständig agieren. Erstens, verwenden Sie unser Produkt. Zweitens, teilen Sie Ihre Ergebnisse mit anderen Menschen, empfehlen Sie unser Produkt in Ihrem sozialen Umfeld und außerhalb davon. Drittens, laden Sie andere Menschen zum Geschäft ein, bilden Sie Ihr eigenes Team. Viertens, bringen Sie Ihren Teammitgliedern bei, das zu tun, was Sie bereits tun, einladen und schulen. Fünftens, erreichen Sie auf jeden Fall den Diamond Rang und leben Sie glücklich mit Anerkennung, Respekt und einem beeindruckenden Zusatzprofit. Freuen Sie sich darüber, dass Sie anderen Menschen solche Möglichkeiten bieten können. Das ist das Geheimnis. Wenn Sie Empfehlungen zum Einstieg in das Unternehmen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Mentor. Entdecken Sie endlose Verdienstmöglichkeiten und wählen Sie das, was am besten zu Ihnen passt.